Hallihallo Hallöle und Willkommen zu einem neuen Part von Terranigma. Wir sind auf Weltreise und schwimmen ein bisschen drumherum, erforschen die Welt, da wir in unserem letzten Part ein Schiff erhalten haben. Und genau die Insel habe ich gesucht. Die haben wir ja auch neben Polynesien, quasi aus der Unterwelt errettet. Und jetzt muss ich überlegen, wo ich lang muss. Polynesien ist ja eher relativ unwichtig. Hier ist nichts. Da es da irgendwie nur so ein Sonnenbad oder so gibt. Aber Mu ist schon sehr interessant. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es hier eine verdammt starke Waffe, die gerade zu diesem Zeitpunkt hier doch sehr, 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 sehr nützlich ist. Das müsste, glaube ich, die in der Truhe da unten sein, wo wir einmal außenrum müssen, da und dieser Weg hier künstlich verlängert wurde, was eigentlich total dumm ist, aber egal. So, und wir haben ein Abwehrlexier gefunden und ich glaube, Xenon-Lanz oder so heißt. Die glaube ich, hier riecht mich da. Xenon-Sperre, richtig. Hier rüsten wir direkt aus. Das ist eine, soweit ich mich erinnern kann, unglaublich starke Waffe. Ja, sieben höher. Das lohnt sich. Besser als die Nixen-Lanz sind, die wir ja auch erst, ich glaube, im letzten Part bekommen haben. Außerdem gibt es, glaube ich, nur noch ein oder zwei Städte, wo wir Waffen kaufen können. Und wirklich viel stärkere gibt es, glaube ich, auch nicht. Also viele, die wir finden, sind einfach nicht gerade gut und ja. Ja, wie gesagt, wir wollen auf Weltreise gehen. Wir, denke ich, werden den ganzen Part dafür brauchen, den Rest zu erforschen. Es gibt viele Sachen noch, die wir finden können. Wir bewegen uns direkt mal hier hin. Jetzt muss ich gucken, wo ich lang muss. Hier unten ist Australien, da gehen wir auf jeden Fall hin. Aber ich schaue, ich glaube, da oben war nichts mehr, oder? Na, die beiden Inseln hatten wir schon. Dann gehen wir jetzt nach Australien. Zum Südpol wollen wir gleich auch noch. Dann haben wir, glaube ich, das Gröbste geschafft. Ich gehe erstmal zu der Insel hier unten lang, nach Neuseeland. Das ist das Erste, was ich machen will. Jetzt muss ich gucken, wo der Eingang ist. Der Eingang ist hier. Ich meine, irgendwas gab es hier nämlich auch noch. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Irgendwas. Müssen wir mal gucken. Irgendwo ist jetzt hier. Da. Gefunden. Da, die Musik. Da, 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 da. So. Da, 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 da. Ich bin hochmotiviert. Ich habe heute nämlich meinen freien Arbeitstag. Das ist super. Das heißt, ich kann so zwei, drei Folgen heute bestimmt aufnehmen. Die Frau ist Gott sei Dank aus dem Haus. Da gibt es hier nur ein Kristall. Da gibt es hier nur ein Kristall. Ja, wie gesagt, Frau ist Gott sei Dank aus dem Haus. Das heißt, ich habe schon eine Zeit aufzunehmen. Weil wenn ein Frauchen da ist, kann ich ja nicht aufnehmen, weil es hier heute... Let's play den Kacke. Auf mit den Freiburg. Und so. Ja, bla bla. Kennt man ja. Und deshalb musste ich mich ja bisher immer nur auf frühmorgens beschränken, was das Aufnehmen angeht. So, Australia. Dann gucken wir es mal direkt hier unten. Haben wir noch was? Sehr schön. Ähm, muss man nur gucken, wohin. Also auf jeden Fall da rüber haben wir oben auch noch was. Hier haben wir nix mehr oder? Nö. Dann gehen wir oben lang. Wupp. Katsching, katsching. Und was haben wir hier drin? Ein Elixier bestimmt. Nein. 892 Talerchen. Da, 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 da. Wenn ich nicht immer so viel im Voraus aufnehmen würde, könnte ich ja sagen, ha, wir können mal ein bisschen über Politik quatschen und so. Aber wenn ihr diesen Part seht, dann ist die Wahl schon längst vorbei oder entschieden. Von daher finde ich, macht das herzlich wenig Sinn. Wann weiß ich selber nicht, wen ich wählen soll? Ist ja, also, jetzt wenn ich den Tag sehe, wo ich aufnehme und wann wagen ist, übermorgen sind die Wahlen. Part geht vielleicht online, ich weiß nicht. Drei, vier Wochen später vielleicht. Ich weiß es nicht. Je nachdem, weil ich habe ja nicht so die Zeit aufzunehmen und vor allen Dingen hochzuladen, weil ich einfach ziemlich viele Mammon habe. Und wie gesagt, die Frau macht immer, ne, du sitzt lieber vom Raptop, als du dich mit mir zu beschäftigen würdest. Und naja, ist ja egal. Ich will jetzt hier nicht lästern, um Gottes Willen. Ist eine tolle Frau, ich liebe sie. Aber naja, man kennt das ja. Außer meine Videos guckt sie eh nicht. So, wir sind jetzt an der Goldküste. Machen wir direkt. Und der Goldküste hat mich hier ein Foto gemacht. Genauso sieht es aus. Das habe ich nämlich direkt getorn. Tourist me. Da gehen wir direkt mal rein. Hallo. Und zeigen unsere Fotos rum. Hey, wie ist es hier? Darf ich sehen? Ja, klar. So, hier können wir alle Fotos abgeben. Das können wir eigentlich in fast jeder Stadt machen. Ähm, sag uns, wenn du nette fertig. So. Das trägt zur Entwicklung der Städte bei. Tja, also eigentlich müssen wir es sogar machen. Giftshop laden. Äh, gehen wir mal hier rein. Ich glaube, hier gibt es Rüstung und sowas. Schlecht. Schlecht. Nur zwei. Gut. Hallo. Willkommen. Ich kann nicht helfen. Äh, ich glaube gar nicht. Doch. Uh, das nehmen wir. Das nehmen wir. Das ist so ein... Weidingen. Ich glaube, das hilft gegen Verfluchung. Was uns später noch auf jeden Fall, äh, auf jeden jeden Fall nützlich sein wird. Das muss ich überlegen, wenn wir irgendwo... Seahouse. Das muss ich überlegen. Bürgermeister. Da gibt es einen Kristall. Den aber bringt es erst später. Ich glaube, wir müssen hier oben lang. Babababla. Bababau. Ich glaube, das war hier. War hier dieser Feinschmecker-Typ? Ja. Hallo. Meine Filets sind die besten der Welt. Ich frage mich, wie ich es der Kunde tun kann. Ganz wärmer. Natürlich mache ich Kunddingen. Probier mal. Ein Biss. Jupp. Ein Stück Fillet haben wir erhalten. Das können wir weitergeben. Da muss ich nur überlegen, an wen? Boah, an wen? War das in... War das in Loir? Also in... Ein Lipperita? Oh Gott. Ich glaube, Lipperita. Loir war das, glaube ich, nicht. Oder war das in den Seeheim auch nicht, ne? Alter, ich weiß es nicht. So, wir sind jetzt hier in der Goldküste direkt erstmal fertig. Das ist nicht sonderlich viel. So, jetzt geht es Richtung Südpol. In unserem nächsten Ziel. Da gibt es, glaube ich, auch nochmal Kristalltruhe. Irgendwie sowas in der Art. Da, 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 da. Irgendwo hier müsste gleich... Da ist die Hülle. Sehr schön. Wir haben hier noch unten so eine öde Gegend. Für den Südpol sehr ungewöhnlich. Ich weiß, dass da irgendwas... Oh, das ist so. Hier müssen wir lang hier ran. Lange. Nein. Hier müssen wir das Loch. Gut. Wir haben für den Südpol ziemlich ungewöhnlich. Aber das ist doch relevant. Interessiert uns aber noch nicht. Nixenmantel. Ein Vital-Elixier. Ich glaube, der Nixenmantel ist sogar ziemlich gut. Elixierer hau ich mir, glaube ich, auch direkt mal rein, weil wir haben, glaube ich, einige wieder. Nixenmantel. Ja, das ist eine von diesen Special-Rüstungen, die hier auf diesen tollen Ständern sind. Das sind... Es gibt nur vier. Und das sind so mit die... Kann man sagen, mit den besten. Ja, gut. So gut ist jetzt die Titanium-Beste auch nicht. Aber man kann sagen, es ist eigentlich so mit der Beste irgendwie so halt, ne? Glückselixier nehmen wir natürlich. Angewandt. GL steigt um 1. Gehen wir mal mit unserem Fluff hier rüber. Wieder drei Stück. Perfekt. Aber direkt 300 KP. So, den zweiten Bergkristall, den habe ich nur so just for fun drin, damit man in der Ventale schön voll aussieht. Das sieht immer ganz nice aus. Mh. Den Brief haben wir noch. Der Ring, der kommt weg. Das Philly kommt noch weg. Ich meine Liberita. Ich gehe mal nach Liberita. Denn ich glaube, dass Sam dort war. Außerdem kann es natürlich sein, dass sie die Stadt mittlerweile weiterentwickelt hat. Das wollen wir natürlich uns anschauen. Und wie gesagt, da oben ist diese Öde. Interessiert uns noch überhaupt gar nicht. So. Da 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 da. Da da. Da 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 da. Ich gehe nochmal kurz woanders hin. Fällt mir gerade ein. Wir gehen einmal nach Alaska. Ich meine, da gibt es auch noch eine Anlegebucht für ein Schiff. Und ich meine, da gibt es auch noch was. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Aber ich meine, da müsste es irgendwo, glaube ich, noch ein Kristall oder eine Truhe oder irgendwie sowas in der Art geben. Mit irgendwas drin. Das ist eine riesige Fläche, die leider ziemlich ungenutzt ist. Ich finde, da hätte man noch schön was einbauen können. Story-mäßig oder irgendwas anderes. Alaska. Aber das ist eigentlich eine ziemlich öde Gegend. Da oben brauchen wir nicht hin. Da da. Da da da. Da da da. Da da da. Das haben wir hier. Hallo. Ich erforsche die Zugvögel. Die Vögel nehmen verschiedene Flugboote. Alaska, Australien, Nordamerika und Imbelika und Sanaa. Grönland werden angeflogen. Ja. Es ist zwar recht interessant, aber ich weiß, wo die Möwen oder Zugvögel hinfliegen. Daher ist das kein Neuland für uns. So. Jetzt müsste man mal schauen. Ich meine, irgendwo kommt man hier rein. Jetzt muss ich mir einmal hier das Ding dann abklappern. Ich meine, irgendwo ist hier was drin. Ich muss ja einmal jetzt rauchen, runtergehen. Dauert jetzt vielleicht ein Minütchen. Aber ich meine, irgendwo gibt es hier was. Und ich will das nicht verpassen. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Die verlorene Zeit hier ist ärgerlich. Aber man kann so viel schaffen mit Aufnahmezeit. Jetzt ist es immer so. Aha. Kurz gefunden. So eine Ruine mitten im schönen Wald. Und hier ist der Seite ist nicht. Dann gehen wir oben lang. Nix. Irgendwo ist, was weiß ich. Ich erinnere nicht von gestern. Irgendwo ist, was ich weiß. Aha. Gefunden. Ein Kraft-Elexier. Ich glaube, das war's. Was? War's das? Von Kraft-Elexier? Ernsthaft? Nee, oder? Tatsächlich. Ja, nur ein Kraft-Elexier. Schade. Na, immerhin. Wir haben es gefunden. Und fertig. So. Alaska erforscht. Jetzt geht's nach Liberita. Jetzt müssen wir überlegen, wo kann ich am besten langen. Gehen wir hier langen. Einmal außenrum. Das ist jetzt wieder... Dauert, ne? Aber dann können wir schön die Musik genießen. Die... Oh, ich liebe die Musik im Spiel. Die ist göttlich. Selten was Besseres. Ganz, ganz selten was Besseres gesehen. Selbst Zelda, mein absolutes Lieblingsspiel, kommt da kaum dran. Da, 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 da. Oh, ist das geil. Ich krieg immer... Boah, ich hab wieder die übelste Gänsehaut, bleuert. Da, 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 da. Da, 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 da. Er hat sich noch nicht weiterentwickelt. Schade. Hab gehofft da kommt man auch immer schon irgendwie. Ah, aber das können jetzt erstmal den, äh... Er werden auch immer besuchen. Ich habe vergessen. Sam. Genau den Sam können wir besuchen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wo ist denn dieser Fresstyp? Doch, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ich glaube, der ist hier drin. Das ist dieser Feinschmecker, Mann. Tom, genau. Hallo, ich bin Tom. Ich stehe vor meinem Tisch. Boom. Ausgerüstet, ja. Hallo. Filet. Gib her. Mann, das sieht aber lecker aus. Natürlich. Ja klar, darfst du es kosten. Filet von der Goldküste. Probieren. Jetzt rennt er gegen den Tisch und er rennt und er rennt. Lecker. Lecker, ein ganz und gar exquisite Stück Fleisch. Hervorragend. Ich werde es leicht anraten und mit Kräuterbutter garnieren. Dann zeige ich mir mal deine Pfanne. Vielen Dank für diese Köstlichkeit. Ich, Tom, sage, das wird in die Geschichte eingehen. Im Diesen Teil zeige ich noch eine Dankbarkeit. 100 Tal. Ajo, bitte. Sehr gerne, Mr. Tom. So, jetzt. Ich gucke mal, ob der hier aus der Kneipe rauskommt. Der ist... Nein. Der war in der Kneipe. Ach nee, die Kneipe war da unten, ne? Hier. Da ist Tom schon wieder. Der läuft da außen rum. Da ist Tom schon wieder. Hallo, Tom. Es tut mir sehr leid. Gut, ich bin aber die Sachen mit einander hinweg. Ich fand eine Maschine, die Gespräche aber weiter schrecken zulässt. Ich habe nicht geglaubt, dass jemand so etwas benötigt. Aber jetzt bin ich sicher. Kannst du dem anderen deine Gefühle mitteilen? Wenn ich nur einem Menschen helfe, hat die Maschine einen Zweck erfüllt. Oh ja. Ich vergaß dich zu belohnen. Komm, bitte mal raus. Was gab der denn nochmal für eine Belohnung? Da liegt wieder ein schönes Stück Filet. Braten. Was gab der denn nochmal für eine Belohnung? Okay, ohne Witz. Hallo. Kristall. Danke. Yay. Ich habe noch eine Menge neue Ideen für fantastische Erfindungen. Ach ja, wie gesagt. Er erfindet das Telefon. Das ist natürlich angelehnt an die Leute quasi aus unserer Zeit, die das Telefon erfunden haben. Da war der, ich habe vergessen, der Name, der den Strom erfunden hat. Oder ne, nicht den Strom erfunden hat. So ein Blödsinn, der die Glühbirne erfunden hat. Aber ich glaube, der kommt noch. Da ist noch nichts ganz so. Yay. Louis hat sich weiterentwickelt. Sehr schön. Das wollte ich. Wir gehen hier rein. Gucken einmal in den Laden, ob es hier neue Rüstung gibt. Hallo Laden. Ballabam. 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 Waffen. Hallo. Komm her. Komm her. Alles schlecht. Gott. Dann gucken wir mal die Rüstung. Hallo. Wer nicht kauft, fliegt raus. Ja, dann fliege ich halt raus. Oh. Oh. Das war auch nicht gut. So. Dann. Oh. Jo. Hier haben wir was. Der arme Dumba. Erinnert euch noch ihn? Die Frische sind, glaube ich, egal. Der arme Dumba am Bein. Ach nein. Ja, der tut mir so leid, ne? So groß war ein Mist. Nimm mir und wird diese Vögel kaufen. Ey, Kuppel, willst du diese Vögel kaufen? Der war ein prima Händchen. 5000 Taler. Ich liebe Vögel, natürlich. Wir werden ihn befreien. Natürlich werde ich bezahlen. Jo. Danke schön. Wir können ja, um Gottes willen, wir können Dumba doch nicht da in diesen Käfig lassen. Der arme, ohne Witz, der ist auch irgendwie, wenn er so ein bisschen pottenässlich hat. Aber der tut mir so übelst leid. Wir werden jetzt erstmal uns mit der Kamera ausrüsten. So. Dann haben wir das in. Das ist egal. Jetzt muss ich natürlich überlegen. Tourist Me. Das habe ich gesucht. Komm rein. Einmal die Fotos wieder rumzeigen. Ja, natürlich. Luye, gerne. Aloha, natürlich auch. Und die Goldküste, sehr schön. Jupp, gerne doch. Da haben wir wieder was zu beigetragen. So, Sam, können wir nicht mal, da ist das Kinderheim. Ich glaube, wir müssen hier rein. Hier ist der Glühbirnmann, genau. Hallo, hallo, dank deiner Hilfe ist schon mal tätig. Ich denke gerade über das Abschlussexperimental. Kannst du mir noch einmal helfen? Sehr gerne. Wie soll ich jetzt? Du musst den Knopf an der linken Seite gleichzeitig mit drücken. Jupp. Fertig. Drei. Ne, eins. Zwei. Drei. Und nicht. Drei. Boom. Und da ist es. Da ist es tatsächlich. Das erste Licht. Es ist Elektro... Wir haben Licht gemacht, Leute. Ihr Häuser nach... Oh, ist das schön. Oh, ist das toll. Wir haben das erste Licht. Weil ich mich jetzt natürlich frage... Was haben wir hier, ne? Warum ist es so hell, wenn kein Licht da ist? Und hier jetzt auch. Und naja, egal. Das ist irgendwie, das ist... Egal, das ist Spielelogik. Das muss man nicht verstehen. So, hier ist der Telefontyp. Müssen wir noch mal gucken, ob wir hier was machen können. Oder wir... Maschinen, wo man breite Strecken bringen kann. Ist... Jetzt... Vollende! Wenn es, glaube ich, spricht mit der Maschine im Hinterzimmer. Wir werden Telefontester. Hallo. Hallo. Ich bin Sam. Kannst du mich verstehen? Hörst du meine Stimme laut und klar? Jo. Sensationell. Klar. Man muss ja natürlich niemand mehr einsam. So, damit haben wir der Stadt wieder ein Stückchen weiter geholfen. Sehr schön. Tricks schön zu hören. Gibt es wieder? Steht dabei. Mm-hmm. Bye-bye. Wir werden nun... ins Vogelparadies gehen, denn... Ich hoffe, ihr habt es nicht vergessen. Wir haben... Ja, Dummbar befreit. Und natürlich... kriegen wir eine Ballonung heute. Ist ja klar. Deswegen werden wir... Wir haben jetzt Vogelparadies gehen, denn Sangetum. Dü-dä-dä-dä... Ba-damm... Bam-bam... Bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam... dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum... Ah, die ganzen schönen Vögel... Lang ist sehr... Lang, lang ist sehr... Was war das? Vielleicht Part 10? wo wir hier waren mittlerweile ist das was nämlich auf ich glaube das ist part 24 oder so wenn ich mich nicht irre ich glaube es war schon oder doch 24 15 so dicke da dummer und guck mal wie er lächelt ist das eine dicken vogel leider können wir nicht mit dem reden und weg war immer schön und wir gehen können wir nicht unter unter so das war's und sagt und wir haben wieder einen neuen kristall so und nun würde ich sagen können wir story-technischen vision weitermachen zumindest sage ich euch wo es jetzt lang geht wir werden jetzt noch nicht wirklich viel machen können jetzt sich nicht weiterentwickelt hier und sehr hat sich auch noch nichts getan in great lake hier haben wir jemanden servas ich warte auf keine verlobte nana zum ersten mal trafen wir uns an diesem see sie kommt aus lioto ich kann es kaum erwarten ihr wisst noch der ring sie ist leider verstorben dieser ring ist etwas zugestoßen scheinbar ein schiff sind ich verstehe sie kam niemals zu spät danke für die nachricht ich gehe zu mir um gottes willen verschwunden jetzt kann man wieder spekulieren ist sein geist ist auch ihm was passiert man weiß es nicht man weiß es ist nicht leider wird man es auch nicht erfahren wir sind jetzt jedenfalls hier im great lake und sind hier ja wir wissen eigentlich gar nicht warum das wird leider nicht wirklich erklärt glaube ich jedenfalls müssen wir hier jemanden befreien ich sag's mal so wo aber ich muss niesen vom kaputt alles klar und stirbt so hier haben wir das oder im kraut mit dem können wir bei diesen blubber bläschen tauchen die ihr gerade gesehen habt das meine lieben freunde würde ich sagen aber erst im moment mal gucken wie ist eigentlich bis level 28 noch im nächsten part auf jeden fall auf jeden fall ist jetzt hier schluss dauert nicht mehr lange bis zum nächsten level das ist gut denn ich denke mal werde ich offscreen noch ein bisschen level ein letztes mal ich wünsche euch noch einen schönen tag macht es gut und ich hoffe ihr seid beim nächsten part wieder mit dabei wenn wir den great lake erforschen macht gut und schau schau